Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mangas. Es wird wieder Zeit, Intrigen zu schmieden, Messer zu schärfen und am Ende als allerletzter Überlebende ein Lächeln im Gesicht zu haben. Was heute alles so passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich frage mich, dass ich vielleicht schon ein bisschen drücken kann. Uh. Hore, dunkle Ecke. Gerne. Zu dir oder zu mir. Geht er ja, Alter. Erinnere mich killt. Neues ist. Erinnere mich. Erinnere mich. Erinnere mich. Eieieiei, ihr wisst nicht daaa! Eieieieiei, ihr wisst nicht daaa! Ist ein bisschen weniger als 30 Sekunden tot. Ja, als erstes frage ich mal kurz David, hast du ihn noch lebend gesehen? Ne, ich habe ihn nicht lebend gesehen, ich habe die Leiche gesehen. Wo kommst du her? Du hast den Tod gesehen. Ja, ich wollte gucken, ob irgendwer aus einem Monster zu finden ist. Also von oben kam der Mörder wahrscheinlich nicht. Oben kam Marshy mit mir rein, ist aber am Licht vorbeigelaufen, ist dann aber auch schon wieder rausgelaufen. Mir ist aber unten auch niemand entgegengekommen. Ich bin unwichtig, hallo. Moment, wo ist die Leiche? Monster, der ist gestorben, als wäre in der Karte. Wo Auto. Dann kann es nicht mehr Sinn sein. Es wirkt ein bisschen sehr kurz für... Ich kann Monster als gugen. Marshy hat runter gewendet, stock abgestochen und wieder hoch. Komm von deinen Trepp runter. Mein! Ich meine ja, das wirkt ein bisschen kurz. Das schaffst du in der Zeit nicht. Ich habe noch nie gehört, dass ich so kurz bin. Hallo? Ich muss sagen, ich fand Mashi die Runde auch sehr sass. Er hat uns sehr gestalkt. Ich fand das sehr unangenehm. Also ich bin der Meinung, wenn du ein Kiel entstanden ist, diese Runde, könnte auch einer von euch beiden da oben links sein Killer sein. Mashi, wenn einer von uns beiden Impostler wäre, wärst du nicht mehr am Leben. Das war meine Intention. Genau das war meine Intention. Also Bohre, Mashi und ich sind in den Kiel. Nee, warum ich war weg gewesen? Ja, ich war nicht in der Zeit. Und jetzt haben wir auch viel rum zu Dingsen. Maxims, wo sind sie? Wo ist Baum? Wo ist Monster? Wo ist Tim? Ich war an den... Ich war eben noch und ja, ich war als der Kiel gefallen bin an Liveline, das war vor 25 Sekunden oder so. Ich stand da mit Monster, also ich kann Monster prüfen, weil es der Kiel oder kurz bevor der... Wo ist Lifeline? Da, wo du dich in die Karte reinschiebst. Und am Ende war ich über Starwitch, weil ich habe zuerst im Doktor im Lab die Leiche, das ist doch, dann wollte ich in Starwitch. Okay, Tim. Okay, wo war Tim? Ähm... Wo steckst du was rein? Nein, egal. Obst du aber mit Nacht wieder so dreckig? Tim, wo bist du? Specimen. Specimen? Warum geht mein erstes Wort? Specimen ist ein Spulstum. Das ist genauso wie Terrier-Move-Bike. Einmal, mach die Worten, danke. Danke, bitte angenommen. Bitte Loster-Vote von Tim. Stark. Ich wollte ja, dass sie nicht töten. Wäre ein neues mit gewesen. Plus-Pfeil. Die Bubbles ist einfach rausgedutscht. Sie war schon hier. Sie läuft vorbei. Bubbles ist ein Boster. Wie durch play ich das? Bubbles ist eigentlich nicht da herlaufen? Und sterben, endlich. Das ist ja nicht der Player. Bubbles hat nichts gesagt. Wie viel noch, Alter? 50.000. Liebe ist, wenn es gleich klappt, ne? Das ist voll cool. Das ist ja auch schon 50.000 gehabt. Noch nie geschafft. Unvermögen und Langsamkeit. Geschafft. Hihi. Haha. Die Reh, das. Auf es. Zwei Weapons. ... Das ist nur noch … Das ist nur noch eine albo … Ich kann doch Shelfsch Expressive gewesen sehen. �� Baby. Nein, okay. Babels hat mich gesehen, wie ich nach Odings reingelaufen bin, nach Coms. Hallo, wo liegt der Hendrik denn? Ähm, ich weiß nicht wen ich jetzt rekordet davon, ich meine tatsächlich, aber es ist in Weapons. Weapons waren zwei Punkte, wo ich an Hitman-Tap war. Oh, und da kam Carol mir halt gerade entgegen aus, das kann durchaus hier... In was? Weapons. Carol, wo bist du? Naja, das Problem ist, ich bin gerade in Coms, das heißt derjenige ist mir... Also du bist mir da gerade auch entgegengekommen, also ich hab dem Buddy noch fallen gesehen. Warte mal, warte mal, dir ist jetzt gerade jemand aus Weapons entgegengekommen. Ja, das war okay. Ein gelbes Carol. Dann möchte ich mal ganz stark Bubbles fragen, wer denn in Weapons war, weil Bubbles ist, während ich nach Coms gegangen bin, dass Bubbles nach Weapons war. Das ist... Äh, ich bin Richtung Boiler Room gegangen oder wie das Ding da heißt. Du kommst du her. Da kommst du her. Ich hab grad bei Sohn und die, dass ich Carols und Monsters habe gepflegt bin, ne? Hallo, lass mir jetzt erst mal bitte die anderen beiden reden, dankeschön. Ja, das kann tatsächlich passieren, aber... Also mindestens raus, wenn's in Weapons war. Also ich hab dich ja vorher gesehen, ja, du bist an mir vorbeigelaufen, ich kam von Storage und bin Richtung Boiler Room gelaufen. Nein, du bist von O2 Richtung Weapons gelaufen. Während ich oben über Security an David vorbei und dann wieder nach unten gelaufen bin. Ey, ich bin so lustig. Ne. Du bist doch in Posts, aber es ist egal. Ist das Ding, wollen wir jetzt die Runde throwen und sie noch nicht voten, oder wollen wir... Ne, wir müssen hier skippen, aber wir behalten uns. Wir müssen... Ja, guck mal, so hast du letztes Mal schon ne Runde verloren. Ja, aber Never Vote on 7 ist halt schon. Ja, komm, als ob. Ihr votet auch bei 8 die Hälfte, wo man auch skippen muss. Ja, wir voten bei 10, weil du sagst, es ist Min. Guck mal, 3 Voten und 2 Impostor. Einer ist immer noch dumm von euch. Hey. Ich versteh's nicht. Eine Person ist immer noch dumm. Ich glaub, Carol ist einfach nur mad. Entschuldigung, falls sich jemand eingesprungen führt, ich möchte keine beleidigen. Ja, alles gut. Carol hat sich geopfert. Ja, Buppets. Ja gut, sie muss ja eigentlich auf Buppets gehen, ne? Ja, gibt da sogar Sinn. Hat die Karte nicht durchgezogen. Ich hab's jetzt auch nicht gefragt, ob sie an Lifeline schon gewesen war in der Nähe. Deswegen. All good. All good. All good, wie man halt zu Tage sagt, ne? Hehe. Wow, eine. Buppets. Doof für dich, Mäuseken. Lalalalalala. Also, wenn ich sterbe, ist es ja zassen, ne? Ja, Buppets. Ich hab' wieder einer. Min hat mich gerettet, glaub' ich gerade. Hehe. Min hat mich gerettet. Sie ist meine Lebensretterin. Oh, Min... Du hast mich ger... Nē, er ist meine... Entschuldige. Er ist mein Lebensretterin. Oh, Min... Du hast mich gerettet. Dafür gibt es irgendwann eine fette Umarmung. Das ist der Menn-Umarmungs-Song Freu dich, Menn, wird geil, die Folge, sag ich Wenn sie rauskommt Ja, äh Weil ich gesungen habe Carol liegt quasi ein bisschen links von Weitem Warte mal Der Guardian Angel hat been protected Monster, aber wieso bist du eigentlich nochmal zurück Und standest trotz auf mir, als ich da den Wendt überwacht habe Weil du da rumstandest und ich gucken wollte, ob da irgendwas ist Wurde doch eh Bubbles jetzt Erst recht, weil Carol tot ist Ja, aber überleg doch mal Carol hat angeblich bei Webins jemand getötet Ist rausgelaufen Carols einzige Person, die gesasst wurde War Bubbles Punkt aus die Maus Ich bin gerade mit Baum dran vorbeigelaufen Ich bin aus diesem komischen Wo man diese Rakete da an Hat erst ein Leprissien-Team Leprissien Richtung Spass Ja, die Runde ist mir egal Ich bin bei Min, Mann Ja Und wer sagt, dass ihr beide es nie Oh Gott Das ist so ein Operateur Entschuldigung, ich will kein Ey, Alter, ich bin gerade Ich habe Also Ich sehe die halbe Runde fast nie Irgendjemanden Ja, das ist doch an dir Das ist cool an dir Geh doch Camps, Mann Dass ich einen Mordanschlag auf mich überlebt habe Von Monster Aber es ist ja unsicher Also Tim, ich habe dich irgendwann mal in Was war das? Ja, weil du weitere Radios hast zum Gucken Deswegen hast du ihn gesehen Ich habe weitere Radios zum Gucken Also Ich glaube Min hat mir das Leben gerettet In O2 In O2 habe ich ein paar Leute mal Ja, ich habe dir bestimmt Du hast für mich gesungen Das höre ich dann irgendwie Ja, Mann Ich habe aus Versehen Sie gesagt Aber ich habe mich noch korrigiert Ansonsten Kuss, Kuss Was ich gesungen habe Mache ich dann auch irgendwann So dreckig war es nicht Keine Angst Wir wollten, ne? Ja, wir wollten Ja, raus mit Bubbles Bubbles weg Bubbles ist der Play Sind wir uns sicher? Ja Bestimmt 100% Also 80% Reicht mir aus Ey, ich habe Ach, ich bin Carole ist gestorben Und die einzige Person Die Carole geboten hat War Bubbles Punkt aus Ich vertraue niemals Marci Aber heute In dieser Runde Ja, weil du zu oft Nicht Imposter heute warst Moment, jetzt vertraust du Ihr seid so Vollständiger Abend für dich Ja, also nicht im Abend heute Wir vergib mir ja die Folgentitel aus Wenn du nicht Imposter bist Naja Ne, also Bubbles Muster Erst recht, weil Carole gestorben ist Kann mich jetzt auch wieder total irren Also es nicht Wenn es ist, dann ist es so Ich muss selber noch so Weapons Laber Panser Wieder Leits Aus Tim und Bubbles Tim und Bubbles Könnte Ne? Könnte Bubbles sein Tim Könnte ne? Hm Hm Es ist Tim, der dazukommt Und Monster Hm Tim und Monster Okay, 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 okay Spawn tot Nein, das war so dumm von mir Das war so dumm Das war so dumm Ich hätte rein Ich hätte hinterherlaufen sollen Und gucken, wer es war Okay, fuck Ähm Warst du hinterherlaufen? Es ist direkt in dem Flur vor Office Und er war gerade noch an Admin Wir sind aneinander vorbeigelaufen Und ich bin mir ziemlich sicher Ich habe gesehen, dass Zwei Leute Ich glaube, ich hätte die Person da noch erwischen können Äh Also, also Also Hallo 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 Ich bin Min Und ich wollte gerade auch reporten Moment, du bist da? Ja, ich bin Ich war gerade im Kongs Hab meine letzte Taskfetch gemacht Und bin dann halt durch diese Türe da Die da ist Und dann runter Und ich stehe halt gerade Über dem Raum Und wollte gerade auch reporten Und dann hast du reportet Wo sind Monster und Mafi? Ich stehe gerade Links unten im Boiler Room Mhm Okay, das kommt hin nach Admin hin Das kommt hin nach Admin hin Wo bist du, Mafi? In Lifeline Du bist links runtergelaufen Und kommst vorbei Musst ja, weil ich direkt wieder durch Und ich bin rechts rein Ich bin's nicht Und wir haben auf jeden Fall jemanden draußen Also können wir auch einfach skippen Ja, wir können skippen Ja, oh Gott sei Dank Wollen wir skippen? Wollen wir so spielen? Ey, ihr wolltet jedes Mal Und jetzt wollt ihr skippen? Soll ich dich gleich reporten, Mafi? Hey, das Ding ist halt, weil Also mein Guest war gewesen eigentlich Tim Er hätte jetzt noch Min gesehen Kann er self-reporten Also bei Tim ist letzte Runde auf mich gegangen Für mich war er self-bubbles Ich hab Min nicht gesehen Ja, aber du könntest sie ja gesehen haben Mit deinem weiteren Lichtfeld Und dann reporten Deswegen kannst du so tun Deswegen war ich doch so überrascht Dass sie da waren Ja, ich bin auch ein schlechter Showspieler Glaubst du sowas kann ich fail? Alter, du hast deinen Sicherheitscode nicht geknackt Die ersten acht Runden Du kannst alles schaffen heute Warum guckst du mich jetzt? Jetzt bin ich wieder der Meinung, dass du es bist Dafür liebe ich dich Du hast jetzt schon geskippt oder was? Ja, super Ja, ich hab geskippt Ich hab Tim gebotet Wow Ich hab geskippt Ich hab geskippt Ich hab geskippt Oder? Hab ich? Weiß nicht Ja, ne, du hast geskippt Ich hab gesungen Traust du dich nicht, Marsi Ich hab geskippt Ich hab gesungen Das würde der niemals machen Ja Ja Ich hab den Min hat mich beschützt Song gesungen Hey Ich hab gehört Ich war das nicht David Ich hab direkt am Anfang Ich hab ein Ekelhafter Ekelhafter David Warum man die letzten Tage hat, mach sie bitte schnell Oder lass es ausgehen, dass David doch gewinnt Du bist David Oh nein, er ist Unsicht Oh mein Gott Bitte rennt hier bald hin Das ist ja nicht gar nicht so dumm, ne? Wenn da keiner hinrennt Kann er die Runde noch gewinnen Aber Gott sei Dank Oh, wer macht denn die Tasten, Mann? Ekelhaft Das war Carol Carol hat die Task gemacht F you, Carol Du solltest dich um deinen Chat kümmern und keine Task machen Ich hab keinen Chat, ich hab doch gar keine Zuschauer Weil die alle irgendwie heute im Bett sind oder was anderes zu tun Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Seid aber auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Winten, Killen und Niederschnetzeln Tschüss, bis dann